Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Mittwoch, wir reden über Literatur, nicht über schöngeistige Belletristik-Literatur, sondern über juristische, technische Fachliteratur, so wie das hier unsere Art ist. Über das heutige Buch freue ich mich, dass wir darüber reden können, weil ich den Herausgeber hier auch schon begrüßen durfte auf unserem Kanal. Bevor wir allerdings jetzt hier über dieses Buch sprechen, begrüße ich erst einmal meinen ganz lieben Kollegen, den Michael. Hallo, wie geht es dir? Ja, moin. Ja, gut soweit, danke. Du freust dich deswegen natürlich auch völlig zurecht, weil es nicht nur juristisch, sondern auch technisch wird in dem Werk. Wir haben nämlich das Rechtshandbuch Cyber Security ganz frisch auf den Tisch bekommen. Und darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen. Wir haben auch hier ein Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen, sonst keine Einflussnahme vom Herausgeber, der, wie du schon gesagt hast, bei uns schon im Interview war, der Dennis Kipka. Weder von der Autorenschaft noch sonst wem. Wir wollen auch keine Rabattcodes an den Mann bringen oder an die Frau auch keinen sonstigen Dinge verkaufen, sondern nur über dieses Buch sprechen, dieses sehr interessante Buch, wie ich finde. Genau. Ich schalte hier mal um auf meinen Bildschirm. Das ist das Buch, über das wir hier reden, nämlich Cyber Security. Es ist ein sogenanntes Rechtshandbuch, wie es hier als Untertitel heißt. Es ist in der zweiten Auflage 2023 erschienen. Du hast gerade gesagt, flamfrig. Also im Juni, Juli diesen Jahres ist es herausgekommen. Es hat 1147 echte inhaltliche Seiten. Dazu kommt dann noch Inhaltsverzeichnis, Vorwort und alles, was noch dazu gehört. Es wiegt stolze 1573 Gramm. Sollte man einen Einbrecher in der Wohnung haben, kann man ihn sicherlich gut damit in die Flucht schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kostet 179 Euro. Also nicht unbedingt so die Schnäppchen-Kategorie. Aber ob der Inhalt das wert ist, da können wir ja gleich drüber reden. Es ist erschienen im Beck Verlag und ich muss es erneut wie so häufig kritisieren, Es gibt das Buch nur als gedrucktes Buch. Sicherlich gibt es das im Beck Verlag irgendwo in irgendeiner Online-Datenbank, die man noch quasi gesondert abonnieren kann. Es gibt hier quasi nicht die Möglichkeit für einen gewissen Obolus zu sagen, okay, ich hätte gern das Buch im Schrank stehen und zusätzlich hätte ich dieses Buch auch noch gerne als PDF auf der eigenen Festplatte liegen. Das ist hier eben nicht vorgesehen. Das ist hier vom Verlag nicht möglich. Kurz noch mal zur Erinnerung. Dennis Kenji Kipka, der war bei uns bereits im Interview. Sehr, sehr spannender junger Mensch. Wir hatten ihn damals gefragt in unserem Interview, ich erinnere mich noch daran, ob er den schwarzen Gürtel im Zeitmanagement hat. Wenn man sich vorstellt, dass er in so jungen Jahren sowohl Professor an der Universität Bremen ist, was er hier sonst noch alles macht und auch noch Herausgeber eines derart umfangreichen Buches ist, auch wenn er damals das nicht beantwortet hat, diese Frage, ich würde im Nachgang mit Ja antworten. Aber du hast das Buch vor dir liegen, du hast es dir angeschaut. Was sagst du zu dem Buch? Ich halte es mal in die Kamera. Also es ist von Größe und Umfang könnte es auch ein Kommentar sein. Es hat einen stattlichen Umfang. 179 Euro ist jetzt nicht der allergünstigste Preis, aber vollkommen angemessen aus meiner Sicht für dieses Buch. Kenji Kipka ist ja, ich würde mit allem Respekt sagen, so ein Hans Dampf in allen Gassen. Es ist wirklich faszinierend, wo der Kerl überall seine Finger drin hat und was er alles so publiziert. Natürlich macht er das alles nicht alleine. Er ist hier auch nur in Anführungsstrichen Herausgeber und Autor von einem Part. Er hat ganz, ganz viele Mitautorinnen und Autoren. Das tut dem Werk aber überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, ich würde mich fast zu der Aussage hinreißen lassen, wenn man heutzutage irgendwas mit IT-Sicherheit, Cyber Security lesen möchte und sich reinziehen möchte, dann kommt man an dem Namen Kipka wahrscheinlich gar nicht vorbei. Dieses Werk hier wird, wie ich finde, schon fast ein bisschen zurückhaltend betitelt auf der Beckseite mit Schließt die Lücke in ihrem Sicherheitsnetz. Finde ich sprachlich sehr witzig, trifft auch den Nagel auf den Kopf, aber bleibt fast unter seinen sprachlichen Möglichkeiten etwas zurück, möchte man sagen. Denn dieses Werk, ich kann es wirklich nur, man merkt vielleicht nur ein bisschen die Begeisterung in meiner Stimme, Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Es ist, klar, es ist nicht das Preisgünstigste, aber es ist jeden Euro wert. Jedenfalls natürlich dann, wenn man zur Zielgruppe gehört. Sprich, wenn man irgendwas mit Cyber Security macht beruflich, wenn man als Jurist darin berät oder eben als Techniker sich damit befasst etc. Denn dieses Buch hat sozusagen das Thema durchgespielt, wenn man das mal im Jugendjargon ausdrucken wollen würde. Ich habe wirklich lange nachgedacht, ob mir irgendwas einfällt, was hier nicht so besprochen wurde. Ich habe nichts gefunden. Das heißt jetzt nichts, aber es ist wirklich sehr umfassend, sehr tiefgreifend aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtet diese Materie. Wenn man vielleicht einen inhaltlichen Kritikbuch finden wollen würde, den muss man aber wirklich schon wirklich mit der Lupe suchen, dann würde ich sagen, die strafrechtliche Betrachtung ist mir persönlich vielleicht noch ein Ticken zu wenig zum Zuge gekommen. Aber das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, möchte ich mal fast sagen. Ansonsten haben wir hier wirklich alle möglichen erdenklichen Aspekte angesprochen. Es wird auf die Rechtshistorie eingegangen, es wird technisch betrachtet, was alles, was sind Ransomware-Angriffe und so alle. Also alle technischen Aspekte, die man als Jurist vielleicht nicht so in erster Linie einordnen kann. Aber natürlich, das ist so der Schwerpunkt des Buches, alle juristischen Aspekte, die man dann vielleicht als Techniker erstmal irgendwie einordnen muss. Und du hast es gerade so im Bild ein bisschen gezeigt, das Ganze nicht nur auf Deutschland oder auf die EU bezogen, sondern man wirft auch den Blick nach Indien, nach Japan, nach Russland und in die USA, glaube ich, und jedenfalls nach Israel auch und guckt sich da das entsprechende Recht an. Also man hat auch so ein bisschen hier international den Blick auf die ganze Sache, was ja nicht ganz unwichtig ist bei der Sache, weil wir wissen es alle, das Internet ist ein Medium, was im Grunde keine Ländergrenzen kennt. Also insofern, es bleibt hier quasi wirklich kein Wunsch übrig. Es ist inhaltlich erfassend, es ist tiefgreifend, es ist immer mit Blick auf die Praxis, es ist von herausragenden Expertinnen und Experten geschrieben worden. Das Ganze wirkt trotzdem so, als hätte es der Kipke alleine geschrieben. Also es wirkt so ein bisschen aus einem Guss quasi. Man hat da sehr ein bisschen inhaltlich auf die Abstimmung geachtet, wie es scheint. Und ja, immer wirklich auch die Praxis nie aus den Augen verloren. Auch wenn natürlich sehr viel Theorie hier mit dabei ist, trotzdem immer der Blick auf die Praxis. Das Einzige, was mich persönlich so ein bisschen, ja, nicht gestört hat, aber was mich so ein bisschen gewundert hat, warum man das gemacht hat, ist, man hat bei ganz vielen der Artikel, Entschuldigung, der Kapitel am Ende so eine Schnellübersicht eingefügt. Also nach dem Motto, wir fassen nochmal kurz zusammen, was Sie gerade gelesen haben. Das kenne ich persönlich eher als kleine Zusammenfassung am Anfang eines Kapitels. So nach dem Motto, worum geht es hier, so kurz zusammengefasst in ein paar Stichworten. Da finde ich, ja, da finde ich das noch sinnvoll, was so eine Schnellübersicht am Ende des Kapitels zu suchen hat. Das hat sich mir persönlich nicht so ganz erschlossen. Du kannst mir da gerne auf die Sprünge helfen. Ich persönlich fand es, ja, nicht störend, dass das falsche Wort, wenn man es nicht lesen will, kann man es hier überspringen. Aber man hätte den Platz aus meiner Sicht ein bisschen besser nutzen können, um vielleicht den einen oder anderen Aspekt noch ein bisschen ausführlicher zu besprechen oder um den Gesamtumfang des Buches dann zu reduzieren. Aber man wird sich irgendwas dabei gedacht haben, mir hat es sich nur noch nicht erschlossen. Das mag aber an meiner persönlichen Stumpfheit liegen. Ja, also eine Zusammenfassung finde ich grundsätzlich für ein Kapitel immer gut. Ob man die Zusammenfassung dann an den Anfang oder an das Ende stellt, dass, ja, vom Gefühl her würde ich sie auch eher an den Anfang stellen, so von der Strukturierungsweise her umgekehrt. Ich glaube, man kann aber auch gut sagen, dass man argumentiert, also so wäre jetzt mein Gedanke, wir wollen keine Zusammenfassung an den Anfang stellen, weil damit kann man natürlich so ein bisschen den Eindruck erwecken, es reicht, wenn du dir die Zusammenfassung durchschließt, dann kannst du dir den Rest sparen. Und wenn man natürlich diesem Gedanken aus dem Weg gehen will, also im wissenschaftlichen Bereich eben das Stichwort des Abstracts, wenn man diesem Eindruck aus dem Weg gehen will, dann kann man natürlich auch sagen, man stellt es an den Ende. Das heißt, jemand hat eigentlich alles gelesen und dann sagen wir, okay, jetzt hast du alles verstanden, aber das sind nochmal so die Kernpunkte, auf die du achten solltest. Ja, wie auch immer. Ich finde deine Begeisterung zu diesem Buch, auch wenn ich jetzt ja nur hier kurz reingeguckt habe in das Inhaltsverzeichnis, von Seiten des Inhaltsverzeichnisses absolut nachvollziehbar, das Inhaltsverzeichnis ist absolut beeindruckend. Ich will nur nochmal ganz kurz darauf hinweisen, du hast es schon gesagt, aber ich will nochmal ganz explizit darauf hinweisen, dass das hier ist immer noch ein juristisches Buch. Also es ist kein Cyber Security Buch, welches dem ITler hilft, seine IT-Probleme zu lösen, sondern dem ITler hilft, den rechtlichen Rahmen einzuhalten. Oder dem ITler hilft, sich zu überlegen, in welchem rechtlichen Rahmen bewege ich mich denn. Also das muss einem einfach nur nochmal klar sein, dass das hier quasi des Pudels Kern bei diesem Buch ist. Aber auch jetzt an dich nochmal die Frage, du bist ja ein Jurist, aber natürlich auch ein Jurist, der sich wirklich sehr, sehr gut mit Technik auskennt. Hast du denn das Gefühl, dieses Buch wird auch von Juristen verstanden, die ich zum Beispiel in meinem Berufsleben durchaus mal häufiger vor mir sitzen habe, die sagen, gehen sie mir weg mit Technik. Ich habe da keine Ahnung von. Wird diese Brücke geschlagen? Ja, ich würde aber mal sagen, es hilft durchaus, wenn man jetzt nicht die Einstellung hat, hören sie mal auf mit Technik. Und wenn man vielleicht schon ein ganz klein wenig Grundlagenwissen oder generelles Verständnis für die Materie hat, das ist natürlich zum Teil alles hier nicht besonders einfach, diese Thematik, viele komplexe Geschichten dabei. Trotzdem wird versucht, auch die Technik eben vernünftig, auch für das Juristen hören, dann verständlich zu erklären, was das Werk auch schafft. Allerdings aus meiner Sicht, der ich ja schon ein gewisses Verständnis mitbringe. Ich würde aber behaupten, dass derjenige, der sich mit Technik überhaupt nicht befasst, sicherlich auch nicht im Bereich Cybersecurity irgendwie beratend unterwegs ist. Das würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen als steile These. Also ich sage mal für, ja, also ich würde mal sagen, Wir gehen gleich weiter, bei denen wir auch sagen würden, das ist nicht so, aber... Okay, okay. Das ist schon richtig, aber ich glaube, das ist eher so der niedrige Prozentteil der eigentlichen Zielgruppe. Für den absoluten Neueinsteiger wird es, sagen wir mal so, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich harte Kost. Ja, es ist nichts, was man mal eben in fünf Minuten so wegliest, pro Kapitel. Aber ich glaube eben, an die Zielgruppe, an die es sich primär wendet, die nimmt es hier sehr gut mit. Was sowohl was das Juristische angeht, aber auch was das Technische angeht. Ich glaube aber, dass es den absoluten Einsteiger dann doch eine gewisse, nicht Überwindung, aber eine gewisse Einarbeitungszeit, eine gewisse Zeit zum Eingrooven quasi braucht, um so die technischen Dinge zu verstehen, wenn ich jetzt mal aus Juristensicht mir das anschaue. Andersherum, der Techniker wird wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Juristischen denken, boah, wo ist das nächste technische Kapitel? Also da gehe ich mal von aus. Aber das bringt die Materie mit sich. Das Ganze ist nun mal ein sehr komplexer, sowohl technisch als auch juristisch gesehen, komplexer Bereich. Das muss man einfach so sagen. Sehr, sehr breit gefächert, was auch das schon ein Blick ins Inhaltsverzeichnis einfach zeigt. Trotzdem glaube ich, dass auch hier im Grunde haben wir kaum Konkurrenzwerke dazu. Wir haben schon mal vor grauer Zeit ein Buch zum Recht der IT-Sicherheit, Cyber-Sicherheit, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, vorgestellt. Ich glaube auch herausgegeben von dem lieben Kenji Kipka oder Dennis Kenji Kipka heißt er ja, der das aber einen anderen Ansatz hatte. Das war eher ein Kommentaraufbau. Hier haben wir ein Rechtshandbuch, was noch mehr die Praxis in den Blick nimmt. Und ja, ich kann mich im Grunde nur wiederholen, diejenigen, die irgendwie halbwegs in dem Bereich sind und beraten, die kommen in dem Buch nicht vorbei. Da sind diese 179 Euro wirklich hervorragend investiertes Geld. Ist jetzt auch schon die zweite Auflage dieses Buches. Ich gehe davon aus, bei den ganzen Regelungen, die uns da noch so drohen, früher oder später, auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene, dass das nicht die letzte Auflage sein wird. Dass wir da in ein, zwei, drei Jahren möglicherweise eine neue Auflage bekommen bei all dem, was dann hier mit Kritis-Dach-Gesetz, NIS-2-Umsetzungsgesetz etc. dann alle noch so bevorsteht. Ja, und wenn ich zumindest nur das Inhaltsverzeichnis durchgehe, KI ist wirklich hier in diesem Buch noch ein Randthema und das wird sich natürlich in den nächsten Jahren ändern. Also auch wenn es um das Thema Security geht, wird sich da noch ein bisschen was bewegen in den nächsten Jahren, im Positiven wie im Negativen. Gut. Ja, du hast es schon gesagt, von deiner Warte aus viel Begeisterung, uneingeschränkte Kaufempfehlungen. Ich kann da gar nicht viel mehr dazu sagen, weil ich das Buch ja selber nicht in der Hand gehalten habe, aber das Inhaltsverzeichnis sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Wunderbar. Wer sich für dieses Buch interessiert, sollte sich einfach mal das Inhaltsverzeichnis anschauen. Die kurze Leseprobe wird einem vermutlich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle helfen und damit man entscheiden kann, ob dieses Buch für einen selber geeignet ist und dann kauft, Leute, kauft. In diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch auf das Allerherzlichste für diese Woche, wenn es um das Thema Literatur geht. Wenn euch dieses Buch gefallen hat, dann bitte seid so nett, gebt uns einen Daumen nach oben. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben? Warum nicht? Es wird allerhöchste Zeit. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann schon sehr bald hier auf diesem Kanal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Frosch im Hals. Tschö, lieber Frosch. Tschö, lieber Michael. Tschau. Tschau. Tschö, lieber Frosch. 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 Vielen Dank.